Ich war im Internet unterwegs und ich stieß auf etwas und zwar diesen Controller von der Firma 8Bit und dann schrieb ich sie an und bekundete mein Interesse und dann bekam ich glatt eine Antwort mit dem Vorschlag, ich könnte das Produkt ja mal testen und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und so haben sie mir diesen sogenannten Infinity One Omni zugeschickt und ich darf den jetzt testen. Ganz wichtig zu erwähnen ist, es handelt sich nicht um eine gekaufte Produktplatzierung, nein, ich schrieb sie an, sie kam auf mich zurück, bot mir einen Test an und so bin ich jetzt hier und werde jetzt unabhängig im Rahmen meiner eigenen Meinung dieses Produkt mit euch gemeinsam testen und der Ablauf ist folgender, wie so immer, ich habe euch unten die Timestamps gesetzt, werde ich jetzt kategorisch da durchgehen und dieses Produkt, diesen Controller analysieren, ist das die nächste große Revolution für die Simulationsbranche? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus und los geht's! Und zunächst schauen wir uns das Ganze natürlich einmal im Detail an. Wir haben jetzt hier den Lieferumfang, also so wie ich das erhalten habe, des Infinity One Omni, also für die Bus-Simulation. Dazu gibt es dieses Kabel zum Anschluss an den Computer und den Schlüssel für die Schlüsselfunktion. Ebenso dazu gibt es drei Stickerbögen, hier seht ihr die einmal kurz, die man dann verwendet, um diese einzelnen Schalter zu bekleben und damit zu personalisieren. Dazu ganz wichtige Anmerkung, es gibt noch keine Verpackung, so wurde mir das gesagt, ich habe das so erhalten und wenn das Gerät aber auf den Markt kommt, dann würde es natürlich auch eine Verpackung mit Verpackungsdesign geben. Dann ist vielleicht noch ganz interessant, einmal kurz die Maße zu nehmen. Wir haben hier ungefähr 28 cm in der Breite, dann kommen wir hier in der höchsten Stelle ungefähr auf 9 cm und hier unten auf ungefähr 5 cm und das steht ja dann so bei euch auf dem Tisch. Wenn wir uns jetzt die Verarbeitung ansehen, sehen wir sofort, das ist echt hochwertig gemacht. Also das war auch eine meiner Sorgen, es ist Plastik, aber ich kann euch sagen, das Gewicht ist auch ordentlich, also wir haben hier 500 Gramm würde ich sagen, dann haben wir hier dieses Glanzplastik, um das schön zu umranden und dann hier dieses matte, leicht, leicht, leicht raue Plastik, um einen guten Grip zu gewährleisten. Das ist dann auch vor allem bei den Kippschaltern interessant. Da können wir direkt mal anfangen, also wir haben eben sechs Kippschalter, ja, also da hört ihr auch schon mal das Klicken, wenn man es drückt. Dann haben wir hier diese Knöpfe, das sind acht Stück mit einem Orangen und dann ganz markant, das fällt natürlich im Bereich des Busses sofort ins Auge, diese Türtaster, ja, also sehr schön. Und dann haben wir hier diese Gangwahl-Tasten, die man natürlich auch alle drücken kann mit der einen roten für neutral. Und es fällt auch auf, das sind transparente Tasten, also das wird bei der Beleuchtung gleich interessant und diese sind matt, ja. Wenn wir uns jetzt nochmal die Rückseite angucken, hier gibt es dann letztendlich ein Produktionsschild, das habe ich jetzt so mal abgeklebt, weil ich nicht wusste, ob die Informationen schon final sind oder die Adresse. Deswegen ist das einmal zu, aber letztendlich steht da auch drauf, das Ganze ist made in Germany, also das wird ja dann bei 8-Bit da in dieser Werkstatt gemacht. Und das ist jetzt einmal ganz kurz der Rundumblick, also jetzt habt ihr mal alle Seiten gesehen. Dann würde ich jetzt einmal ganz kurz ein paar Sticker aufkleben, dass ihr mal kurz seht, wie das mit Stickern aussieht. Und dann können wir ihn auch schon anschließen und das einmal testen, wie die Beleuchtung zur Wirkung kommt. So, das war einmal ein kurzer Cut, jetzt habe ich die Sticker aufgeklebt. Und ich finde, die sind echt ganz gut geworden. Also ihr seht jetzt hier natürlich so ein bisschen, dass das Sticker sind. Ich finde, das ist natürlich jetzt auch durch das Licht gemein betont, dass natürlich immer kleinste Luftbläschen drunter sind. Aber ich finde, gerade wenn man das aus der Sicht betrachtet, wie man es letztendlich ja auch benutzen würde, finde ich vor allem die Sticker hier bei den Türtastern und Gangwalltastern echt gelungen. Also die sehen wirklich hochwertig aus. Den Sticker-Unterschied sieht man natürlich schon dann vor allem hier bei diesem Kippschalter, wo ich die Türfreigabe raufgelegt habe, dass es eben ein viereckiger Sticker ist, der durch das Schwarz enorm hervorkommt, wo man dann schon sieht, okay, das ist halt ein Sticker. Ansonsten kann man sagen, okay, bei den Stickern hier zum Beispiel, die sind, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, in dem Rahmen aufgeklebt. Aber die Buchstaben sind tatsächlich nicht mittig gedruckt. Das heißt, es wirkt ein bisschen schief, obwohl ich es richtig aufgeklebt habe, weil die Buchstaben nicht mittig sind. Aber das kann natürlich, ich weiß es nicht, auch daran liegen, dass es noch Prototyp-Stickerbögen sind und die im Endeffekt nochmal überarbeitet werden würden. Aber jetzt geht es vor allem auch darum, das mal ein bisschen mehr in Betrieb zu erleben, das heißt, die Beleuchtung einmal anzuschauen. Und dafür gibt es ja hier diesen USB-C-Stecker, den ich jetzt einmal hier reinstecke. Und dann verbinde ich das hier, also hier habe ich den USB mit meinem Computer. So, und schon, habt ihr gesehen, leuchtet es los. Und hier leuchtet direkt das N. Ich dimme mal kurz das Licht runter, dann seht ihr das noch besser. Jetzt kommt der Leuchteffekt bedeutend besser zur Geltung. Also ihr seht hier wirklich, das finde ich echt krass gelungen, dass das so eine Gleichmäßigkeit hat. Vor allem hier von der Seite, wo man ja auch guckt von oben, wenn man drückt und auch hier bei den Gangwahl-Tasten, dass es so klar leuchtet. Und wenn ich jetzt hier drücke, springt der um, dann ist es in diesem Weißen auch beleuchtet. Und wenn ich die Türen schließe, dann haben wir hier auch wirklich dieses Blinken, was wirklich echt gut umgesetzt ist. Und dann natürlich auch, jetzt können wir endlich mal, das habe ich noch gar nicht gezeigt, den Schlüssel auch rumdrehen. Hier diese echt schöne, edle Beleuchtung um das Schlüsselloch. Und jetzt kann ich den Schlüssel auch einstecken und immer drehen. Das geht natürlich auch, wenn es ausgeschaltet ist. Und das ist diese Schlüsseldrehfunktion. Ja, jetzt habt ihr einmal hier den detailreichen Überblick über den Controller und die Verarbeitung gehabt. Das ist also das, was man kriegt, was man anschließt und wie es dann wirklich aussieht. Und das ist, um da mal ein Zwischenfazit zu ziehen, wirklich von hoher Qualität. Und damit befinden wir uns jetzt hier im OMSI 2 für den Praxistest mit dem Infinity One OMSI an meiner Seite. Ihr habt jetzt auch hier extra eine Einblendung, damit ihr ganz genau sehen könnt, was ich tue. Und hier testweise habe ich jetzt den C2 von MX200 auf der Map Berlin Spandor M&Z. So muss das gemacht werden. Und springen wir direkt nun hier zum Fahrerarbeitsplatz des C2s. Und ihr seht sofort, wenn ich jetzt auch mal hier so ranzoome und ihr den Vergleich habt, das hat eine Ähnlichkeit. Also man sieht, dass dieser Infinity One OMSI wirklich auch für einen Bus gebaut wurde, vor allem an den Türtastern. Und ich würde sagen, wir rüsten jetzt wirklich diesen Bus einfach mal auf mit Hilfe des Infinity One OMSI. Und normalerweise würde man hier jetzt E drücken und jetzt kommt direkt das Geilste. Das habe ich natürlich auf den Schlüssel gelegt. Das heißt, um jetzt diesen Bus zu starten, nehme ich jetzt hier diesen Schlüssel und drehe ihn rum. Zack, Elektrik an. Hört ihr das? Und nochmal. Zack, nächste Stufe. Das ist doch geil. So, und weiter. Zack. Und jetzt kommt der Motor. Achtung, ich gehe mal nach hinten, dass ihr das auch hört. Das ist nämlich so geil, wie ich jetzt rumdrehe und der Motor springt an. Passt auf. Das ist das geilste Gefühl von allen. Also, no joke, das habe ich vermisst in meiner gesamten OMSI-Karriere. Also wirklich da, Props an 8-Bit. Und zurück zum Fahrerarbeitsplatz. Jetzt einmal kurz das Gaspedal drücken. Und dann können wir schon mit unserem Gangballtasten, ihr seht, die ist jetzt noch auf neutral, können wir hier aufs D drücken. Na, ist er noch nicht drin, da muss ich nochmal draufdrücken. Jetzt ist der Gang drin. Zack. So, jetzt kann ich machen, Abblendlicht habe ich mir reingelegt, hier vorne. Zack, zack, seht ihr? Ich habe jetzt hier nicht, ganz wichtige Info, ich habe jetzt nicht alles beklebt, weil ich das vielleicht noch verändern möchte. Aber das ist ja auch das Schöne, man kann es sich bekleben, man muss es aber nicht. Dann habe ich hier das Fahrgastlicht. Zack, kann ich auch wieder ausmachen, an und aus machen. Also wirklich richtig geil, endlich mal Kippschalter. Und natürlich habe ich auch Fahrerarbeitsplatzlicht, wenn ich brauche, kann ich auch verwenden. Und wir fahren jetzt einfach mal los. Und dafür löse ich hier auch mit dem Infinity One die Feststellbremse. Zack, Blinker ist am Lenkrad gesetzt. Und ich rolle. Und jetzt lassen wir gleich das erste Mal Fahrgäste rein. Das ist der magische Moment. So, und jetzt Haltestellenbremse rein mit dem Infinity One Türtaster. Zack. Und genauso wie ich die erste Tür öffnen kann, kann ich natürlich auch alle anderen Türen öffnen. Ihr seht jetzt hier Tür 2, Tür 3. Zack. Genial. Tür 3 zu, Tür 2 zu, Tür 1 zu, Haltestellenbremse raus, zack, Blinker setzen und passt auf. Wir fahren. Ist das geil oder ist das geil? Es ist einfach realistisches Busfahren mit diesem Controller an meiner Seite. So, nächste Haltestelle. Schön ranfahren, zack, schön bremsen, zack, jetzt nicht perfekt. Zack, und jetzt hier mit dem Infinity One Haltestellenbremse rein, Türen öffnen, zack. Alle drei Türen auf. Zack. Zack. Tür 3 zu, Tür 2 zu, Tür 1 zu. Es blinkt. Seht euch das an, ist das nicht geil? Haltestellenbremse raus, Blinker setzen und raus. Und was auch geht, ne, also was die Busfahrer mal machen, wenn sie reingelassen werden, mit dem Warnblinker einmal kurz bei den Kollegen oder bei anderen Pkw bedanken und weiterfahren. Also ihr seht, es läuft einwandfrei, keine Lags, keine Bugs. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich echt krass begeistert von 8-Bit und dass die das so entwickelt haben, dass es funktioniert. Ja, also weil nur als Vergleich bei meinem Lenkrad funktioniert die Hälfte aller Tasten nicht, weil es eben für die Playstation entwickelt wurde und der OMSI ein altes Spiel ist und dann nicht alle Tasten erkannt werden. Da steckt eben eine eigene Platine drin, ne, die die entwickelt haben und letztendlich dafür sorgt, dass auch wirklich jede Taste erkannt wird. Was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass die Schalter natürlich im Bus oftmals eigentlich ein bisschen anders sind. Also der Schalter hier für die Türfreigabe zum Beispiel, der geht eigentlich hoch und rastet ein, während er am OMSI wieder zurückschnappt. Und wenn er jetzt hier wieder runter geht, geht die Türfreigabe raus. Ich muss ihn aber nochmal neu drücken und habe sozusagen hier doppelt belegt. Das sind zwei Knöpfe. Ich kann also hier mit rein und raus machen und hier mit rein und raus machen. Das liegt daran, dass es tatsächlich sehr schwer ist, so einen Kippschalter wirklich umzusetzen, weil er ja dann in einen Dauerdrücken kommen würde. Das heißt, der OMSI müsste verstehen, dass die Taste eine Doppelfunktion hat. Aber ich finde, durch diese Lösung ist es doch ganz okay, dass man das eben realistisch verwenden kann, weil man ja durch die Doppelbelegung diesen Effekt erzeugen kann. Jetzt auch nochmal hier kurz von außen, will nochmal jemand mit, zack, gedrückt, Tür wieder zu, es blinkt, Tür geht zu, Haltestellenbremse raus, alles flutscht, alles läuft, zack und wir können weiterfahren. Ja, geil. So, und das war es auch schon mit dem Praxistest. Ich meine, wir haben jetzt alles einmal getestet, alles funktioniert und jetzt kommt der ganz heiße Punkt dieses Videos und zwar sprechen wir jetzt über das Finanzielle. Und bevor ich in den genauen Preis reingehe, möchte ich einmal ganz kurz umreißen, wie es um 8-Bit steht. Und zwar handelt es sich bei der Firma 8-Bit um ein Startup. Also da wurde dieser Controller, dieser Infinity One über Monate entwickelt aus dem Nichts heraus, ja, aus einem Hobby heraus in der Freizeit und jetzt ist es zu einem Unternehmen geworden mit der Aufgabe, mit dieser Vision, dass dieser Controller ein Erfolg wird. Und da kommt jetzt die sogenannte Plattform Kickstarter ins Spiel. Was ist Kickstarter? Kickstarter ist eine Website, wo sich Startups registrieren, ihre Vision und vor allem ihr Produkt beschreiben und dann um finanzielle Unterstützung werben. Und das ist jetzt hier eben auch bei 8-Bit der Fall. Und in diesem Rahmen, Achtung, jetzt kommt der Preis, wird jetzt eben auch der Infinity One auf Kickstarter für 269 Euro als Vorbestellung verkauft. Ihr seht den Controller und wir alle kennen, was es sonst so auf dem Markt gibt und was so die Preise sind. Und da ist dieser Controller definitiv schon im oberen Segment mit dabei, wenn man das natürlich mit Logitech und so weiter vergleicht. Und das ist aber eben der Punkt, warum ich das eben gerade erwähnt habe. Es handelt sich um ein Startup. Bedeutet, die müssen von Anfang an profitabel sein, sonst können sie ihr Unternehmen gar nicht erst aufbauen. Und es ist echt hart, denn der Preis ist nach deren Produktionskosten gerechtfertigt. Denn das Produkt ist ja, ich habe es ja abgeklebt, aber ist ja made in Germany. Ihr habt es vorhin gesehen bei dem Qualitätsreview, deswegen habe ich das alles vorher gemacht, dass das Produkt die Qualität erfüllt. Das heißt, der Preis ist für das, was man kriegt, tatsächlich gerechtfertigt. Allerdings, wenn man jetzt in die Marktanalyse geht, sehr, sehr schwierig umsetzbar. Denn wenn ich dieses Produkt, ja, diesen Controller jetzt gesehen hätte, hätte ich gesagt, boah, geil. Und da hätte ich gesehen 269 Euro und dann hätte ich mich aber ganz schnell wieder davon entfernen müssen, weil ich einfach die finanziellen Mittel nicht habe. Und so geht es halt leider heutzutage einigen von uns, dass wir auf den Preis gucken. Und dass 269 Euro für einen Gaming-Zubehör-Artikel eben ein ordentlicher Preis sind. So, ich rolle ein Stück zurück und nehme damit einen großen symbolischen Gesamtüberblick ein und komme zum Fazit. Und da als erstes zu den Pro-Punkten. Und da muss ich sofort sagen, ich habe diesen Controller im Internet entdeckt, gesehen und ich wollte ihn haben. Er erfüllt einen Wunsch und damit meiner Meinung nach eine Marktlücke. Dann habe ich ihn hier erhalten und mit euch gemeinsam getestet. Und da kann ich sagen, die Qualität stimmt, die Verarbeitung stimmt. Und er ist kompatibel mit OMSI 2, aber auch zum Beispiel mit dem Bus-Simulator. Das habe ich jetzt zwar nicht gezeigt, aber wenn ihr bei 8-Bit vorbeischaut, die haben übrigens auch einen TikTok, da seht ihr das. Da wurde der auch schon erfolgreich verwendet. Und das heißt, der Controller erfüllt seinen Zweck. Er ist da und er gibt mir einen Fahrspaß. Das sind die zwei Main-Punkte zum Controller. Und dann möchte ich an dieser Stelle aber auch als eigentlich größten Pro-Punkt erwähnen, die Entwickler selbst. Ich habe mit diesen natürlich gesprochen im Rahmen der Zusendung und ich habe das ja auch schon beim Preis erwähnt, dass es ihnen um etwas anderes geht, als jetzt nur profitabel ein Business aufzubauen, mit dem sie Geld verdienen können. Sondern die sind selber aus ihrem Hobby heraus Sim-Fans und haben sich gedacht, wir haben irgendwo diese Skills und können so etwas bauen und haben das entwickelt und eben dadurch diese Firma zu Leben gebracht. Und das ist einfach was extrem Schönes, weil es ihnen eben darum geht, community-nah und vor allem sinnvoll Dinge zu entwickeln, die uns etwas geben, einen Wert, die uns die Simulation noch schöner machen. Und das ist im Grunde der Fokus, den sie haben. Nicht Geld, 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 Geld und Profitabel, Profitabel, sondern es geht darum, uns etwas zu geben und für und mit der Sim-Community zu arbeiten. Und damit komme ich aber natürlich jetzt trotzdem auch zu einigen negativ, also Kontrapunkten. Und da kommt an oberster Stelle natürlich der Preis. Für mich, aus meiner studentischen Perspektive, sind 269 Euro sehr, sehr viel Geld. Und das ist sehr, sehr teuer für einen Controller, für einen Gaming-Zubehör. Jetzt ist es natürlich so, es kann sein, dass vielleicht ihr ganz anderer Meinung seid und sagt, das ist eigentlich okay. Das würde mich übrigens auch mal brennend interessieren, sicherlich auch die Leute von 8-Bit. Also schreibt mir bitte mal wirklich in die Kommentare, was haltet ihr vom Preis, vielleicht auch mal vom generellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Aber da habe ich mir auf jeden Fall den Kopf drüber zerbrochen. Und das bringt mich tatsächlich auch zum zweiten Punkt, welcher ist diese Gesamtumsetzung. Also dieser Controller hier, der Infinity-One Omni, hat ja auch zwei Brüder. Einen Infinity-One Whale und einen Infinity-One Agri. Und die sind dafür gebaut, eben für die spezifische, erkennt man ja am Namen schon, Simulation da zu sein. Aber gleichzeitig kamen ja auch kleinste Punkte, die habe ich jetzt nicht explizit erwähnt, aber in den Sinn. Zum Beispiel, dass man in modernen Bussen eigentlich diese Knöpfe nicht wirklich hat. Also man hat die Tür-Taster, man hat die Gang-Wahl-Tasten, aber im Grunde wäre eine zweite Reihe von Kippschaltern womöglich sinnvoller gewesen. Weil heutzutage sind Busse und Trucks, das ist ja alles mit Kippschaltern ausgerüstet. Es sieht natürlich dann viel monotoner aus, wenn man hier nur schwarze Kippschalter hat und die grauen Knöpfe als farbliche Abwechslung auch wegfallen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und da habe ich viel drüber nachgedacht. Und ich werfe das jetzt mal ganz grob so ein. Vielleicht ist es auch sinnvoll an der Gesamtkonzeptionierung, wie dieser Controller der Infinity-One auf dem Markt ist. Vielleicht kann man da irgendwas verändern. Weil ich habe jetzt schon gesehen, es gab eine Kampagne, da haben sie darum beworben, dass sie auch individualisierte Controller verschenken oder anbieten wollen. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein interessanter Weg. Anstatt der einzelnen Modelle, dass es jetzt dieser Controller der spezifische Infinity-One-Omni ist, kann man zu 8-Bit gehen und sich einen individualisierten Gaming-Controller für seine Simulation, für das, was man am meisten und am liebsten fährt, erstellen. Und dann kann ich sagen, ich möchte alles voller Kippschalter haben. Oder ich fahre hier zur Hälfte, da reicht es mit Kippschalter, hier möchte ich ein paar Train-Knöpfe drin haben. Und dann wäre der Preis für 269 Euro vielleicht sogar gerechtfertigter. Weil irgendwie aus irgendeinem Grunde in meinem Kopf, dass dann so ist, okay, ich bekomme ein absolut individualisiertes Produkt. Etwas, das ich selber mit den Entwicklern auf der Webseite oder was auch immer designe und dann extra für mich gebaut wird. Und dann wären diese 269 Euro auf einmal schon schmackhafter. Ja, also das ist natürlich, wäre vielleicht interessanter. Deswegen habe ich das jetzt mal als Negativpunkt aufgefasst. Aber im Grunde ist es auch so ein bisschen, was könnte man, ich wäre konstruktiv sein in meinen Negativpunkten, was könnte man vielleicht da machen? Und da will ich jetzt auch mal die Chance nutzen und anmerken. Ihr kennt ja den JM-Simulation von meinem Kanal. Für den neuen Zuschauer, der ist verlinkt auf meiner Startseite. Der hat tatsächlich den Infinity-One Whale im Review gemacht. Das könnt ihr euch natürlich mal angucken, dann kriegt ihr da auch nochmal einen Eindruck. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende des Videos und kann sagen, dass ich vom Infinity-One beeindruckt bin. Dass ich das wirklich schön finde und unterm Strich hier mit einem sehr positiven Gefühl rausgehe. Und dem 8-Bit-Team wirklich einfach nur das Beste wünsche und dass das irgendwie funktioniert. Und wir hier eine Firma bekommen, in den Markt bekommen, die solche Produkte für uns macht. Und freue mich darauf, wenn ich wirklich eines Tages mir den auch mal dann wirklich selber leisten kann und so einen Controller hier neben meinem Lenkrad haben könnte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch unbedingt ein Like da, ein Abo. Schaut bei 8-Bit vorbei. Also ich habe das jetzt alles, zack, verlinkt von Kickstarter bis Webseite. Keine Werbung, wie gesagt, das ist ein Review. Ihr könnt euch jetzt selber informieren. Ich überlasse euch jetzt euch selbst, bedanke mich fürs Zuschauen und sehe euch hoffentlich bei anderen Videos wieder und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.